Das Politbüro Privat. Erstmals brechen die Angestellten des Politbüros ihr Schweigen. Sie berichten über das alltägliche Leben im Funktionärs-Ghetto Wandlitz und erzählen, was sich hinter den Mauern wirklich abspielte. Durch zahlreiche, mit oft kuriosen Bildern unterlegte Geschichten gelingt es, den Charakteren einzelner Politbüro-Mitglieder näher zu kommen. Der Hauptfilm hat eine Laufzeit von 90 Minuten. Als Extras bietet die DVD 30 Minuten Bonusfilme und eine Bildergalerie mit seltenen Motiven.